Schöne Tour, Bacoura. Nicht schießen, Leute, nicht schießen. Ah, jetzt habe ich Kops, ey. Hugo, was soll das denn? Mach die mal weg. Wo fährt der denn lang? Ähm, warte mal. Ich gucke mal auf der Karte, wo wir lang fahren. Ich markiere mal, am besten. So, da fangen wir hin. So, halt. Wir müssen hier lang. Links. Ne, so, die Sicht. Und hier über die, äh, über das Feld. Lieber nicht, ne? Zu gefährlich. Genau. Rex gleich wieder. Rüber. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wo sind die denn? Leute, wartet mal da vorn. Die anderen kommen gleich hinterher. Die kamen, kommen nicht um die Kurve. So. Ja, der kommt schon. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Da, 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 da. Da, da. Muss Pipi. Oh, einer muss Pipi. Da musst du kurz anhalten. Und Pipi gehen. Ah, kannst auch einen Wohnwagen machen. Weil da gibt's bestimmt eine Toilette drin. Und... Wir beide haben Türen verloren. Ein bisschen Frischluft. Ein bisschen Frischluft schnappen. Oh, macht dem bloß in die Kopf, hat den Wohnwagen. Eure Versicherung bezahlt. Meines ist im Glück nicht. Ich hab kein Geld mehr. Naja, Versicherung ist Versicherung. Also nur Versicherungsbetrüger, sagen wir so. Bam, 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 bam. Oh, das, ich hab nicht genau vorne geschaut. Genau hier lang, links. Der fährt schon richtig. Wir fahren jetzt hier durch die Wallachai. So, Abercora. Wie findest du den Wohnwagen eigentlich? Ja, den hab ich schön neu gekauft. Und... Ähm... Ja, der hat alles eigentlich. Hm, das bringt mich auf eine Idee. Oh ja, das bringt mich auf eine Idee. Hm. Und was hat diese Ausstattung? Wie viele Sitze? Hm. Drei, vier, seh ich. Hm. Ein genug. Könnt ihr ganzes Team mit reinsetzen, ne, Abercora? Ja, die können alle platzen. Jo, das ist ja gut. Aber diese Landschaft lebe ich hier so. Hm. Fahnen so selten Autos. Besonders dieses hier gerade. Oh, Achtung, Kurve. Ja. Mach keinen Unfall, Leute. Huch. Wir können auch die Abkürzung nehmen. Das passt gut. Ich bin der Farmer. Und... Hab einen Wohnwagen. Und Gebirge? Passt doch alles. Was will man mehr? Boah, das passt wirklich mit Bacura. So. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Kommen die alle hinterher? Weiß ich nicht. Fahrt mal vor. Ähm, der ganz vorne. Wir müssen... Genau, rechts. Oh, fahrt vor. Fahrt vor. Nicht ran. Genau. Genau, hinter uns auch. Fahrt vor. Oh, der eine steht in Stau, glaube ich. Oder? Was ist mit den anderen? Ja, der kommt schon. Er kann rauchen. Ja, du kannst rauchen im Wohnwagen. Guck, guck. Da kommt er. So, weiter geht's. Oh, ein Auto von mir. Den hab ich gar nicht gesehen. Äh, wir müssen hier hoch. Genau. Hier hoch. Warte, komm ich da hoch? Ah, geht schon. Die Wohnwagen-Tour. Ja, Bacura, du kannst nicht singen. Doch, kann ich wohl. Ich singe lieber. Okay. Wohnwagen-Tour. Durch Los Santos. Durch die Gebirge. Ja, mit Wohnwagen. Durch Los Santos. Los Santos. Oh, Gangangriff. Wir müssen aufsteigen und die alle eliminieren. Haben wir was zu tun. Erste Herausforderung. So, alle eliminieren. Wohnwagen-Stau. Wir fahren mal ein bisschen vor. Genau. Gestartet. Ich komm auch noch. So, was haben wir hier? Ah, Mist. Wir müssen ein bisschen vorfahren. Was komm ich hier mit meinem Panzerfahrzeug? Was ist das denn hier? Eine Kiste? Das war's? Nee, noch nicht. Da vorne sind noch welche. Das war's? Schalt den Gang mit wieder aus. Ja, sind wir schon dabei. Hinter uns sind noch welche. Sind die meisten. Und wo ein Wohnwagen fährt rückwärts? Bestanden. Yeah. So automatisch mal eben so. Ich hab niemanden erledigt. 650. War das ja? Ah, okay. Gut, weiter geht's. Alla, alla. Oh, Hugo will mit. Natürlich darfst du rauchen. Rauchen ist erlaubt. Aber nicht in den Wohnwagen. Kannst du auf dem Dach rauchen. Jetzt müssen die wieder rückwärts laufen zu ihren Wohnwagen. Wir warten alle beim Ausgang. Bitte warten alle. Wir stellen uns erstmal an die Seite, bis alle da sind. Ja, Camping. Hier ist Nacht gerade. Schlafen. Oh. Was ist denn jetzt los? Oh, wir haben jemanden verloren. Oh. Dein Wohnwagen ist schon voll Schrott. Weißt du das? Siehst du das hier? Ja? Das ist voll schon. Kein Feuerwerk hier. Keine Feuerkugeln. Was ist damit denn los hier? Dein Bein guckt raus. So. Da muss man einen Weg hier hoch finden. Oh. 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 Feuer. Nicht im Feuer fahren. Nicht im Feuer fahren. Das sind die Feuerkugeln. Bitte nicht. Oh. Glück gehabt. Oh. Habe ich Glück gehabt. Ey. Ich glaube der steckt fest da unten mit seinem Wohnwagen. Ey. Was wird das denn? Ganz hinten einsteigen. Können glaube ich viele Leute einsteigen, oder? Wir helfen dir mal. Der steckt fest. Ich komme von oben. Ne. Ne geht hier auch gar nicht. Wir haben einen Wohnwagen verloren leider. Du musst bei uns mit einsteigen. Der kommt da wirklich nicht mehr raus. Und wo müssen wir jetzt lang? Ähm. Können wir hier hoch fahren? Ne. Wir müssen irgendwie hier hoch kommen. Machen wir so. So. Hinten ist ein. Was? Hinten ist ein. Wie viele sitzen da jetzt drin? Können wir mehr rein? Und da ist hinten ist einer. So. Ja. Da kommst du ja nicht mehr raus. Steck bei uns ein. So. Wir gehen jetzt hier hoch. Ne. Nicht hier hoch. Wir gehen nach vorne hoch. Einen Wohnwagen haben wir verloren. Game over. So. Dann müssen wir runter. Und da hinten wieder hoch. Döööö. Wohnwagentour durch den Gebirgen. Bokura, was ist das? Wohnwagentour. Untertitelung. BR 2018